Ja, willkommen. Tag 8 Challenge. Thomas Bonnes hier. Ich habe heute ein Lied aus Nigeria, ein traditionelles mitgebracht. Ojun, die Göttin der Liebe und des Glücks. Also lasst euch ganz rein in diese Schwingung. Wer mag, schließt die Augen, genießt es. Kleine Reise. 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 Ich bin der Keke 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 ZANG EN MUZIEK 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 ZANG EN MUZIEK